hallo leute und herzlich willkommen zurück bei darksiders gut wir müssen wohl das hier was ist das ich muss drauf schlagen ja was ist das cool kreuzklinge eine fein gearbeitete wurfklinge die mehrere ziele auf einmal treffen kann lassen sie in den zielmodus indem sie q drücken und wählen sie bis zu fünf ziele aus während die während die linke umschalltaste gedrückt während sie die während sie linke mal gedrückt halten drücken sie mittlere maustaste um die klinge zu werfen ok nein denke aber das ok muss drauf verdammt gut dann spießen wir sie halt so auf das geht oh 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 man kann es aufladen gut moment und feuer feuer frei ok ja die steuerung ist noch nicht so gut wie also au bam gut ach so jetzt kommen die da das hat sie jetzt lange Ja, es war lang genug. Ja, und der nächste, bitte. Perfekt. Was ist das? Ja, also das Zeil schleift über Objekte. Ich glaube, das ist etwas falsch. Verdammt. Okay, und los. Ah, daneben. Ah, verdammt. So, die hier. Was ist das? Ähm. Wie soll man den besiegen? Verdammt. Ähm. So. Ah, na, endlich. Uh. Ich würde sagen, das war sein Tod. Und meiner auch. Ah. Ja, ich ziele und los. Passen Sie auf das Symbol des Beobachters auf. Sobald dieses Symbol gezeigt wird, hat er vielleicht etwas Nützliches. Und sie... Okay. An Genständen? So, sie schleifen an Objekten. Und was bringt uns das? Also, was bedeutet das? Hm. Moment. Bevor wir irgendetwas weitermachen. Äh. Da. In der Feinde gearbeitet. Äh. Da, 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 da. Okay. Kurz gelingen zu weisen, was er blockiert hat. Und so weiter und so fort. Okay. Hm. Ich wünsche euch, könnt ihr das Tutorial machen. Verdammt. Ah, scheiße. Au. So. Wo ist die andere hin? Ach, egal. Was haben wir hier? Also, das geht nicht, solange das Teil dort noch rumhängt. Gut, er muss ziehen. Okay. Das ist gut, aber wo geht's hier lang? Jaja, ein Beobachter. Was ist das für ein Ort? Ich muss zugeben, für ein Rudel Schwächlinge stecken diese Menschen voller Überraschungen. Wer weiß, welche Geheimnisse sie hier unten vergraben haben. Ja. Und los geht's. Sehr schön, sehr schön. Und das hat dann alles Menschen gebaut. So. Geht nicht weiter. Gut. Und hoch mit ihr. Oh. Sehr gut. Und das ist reiner Zufall, dass alles hier Kreuzklingen tranken. Kreuzklingen tranken. Okay. Die Kreuzklinge kann Energie von bestimmten Zielen übertragen. Drucken Sie Q zum Ziel und werfen Sie die Klinge mit der mittleren Maustaste auf eine Energiequelle. Das erfassen wir Ihre Ziele lässt Energie von der Quelle zu den Zielen strömen. Okay, Moment. Zielen. Zielen. Okay, das war ja schön. Aber müssen wir das wirklich machen? Denn ich glaube, es hätte auch gereicht, wenn wir die Bomben angeschossen hätten, oder nicht? Oh, und hier sind wir. Gut. Dann öffnen wir das Tum. Oh. Aha. Aha, aha. Okay, hier können wir einfach rauf gehen. Da auch. Wo führt das hin? Oh. Da hoch zu gehen brauchen wir das da. Oh, da geht es nicht weiter. Okay. Ich würde sagen, hier fehlt irgendetwas. Was aber natürlich offensichtlich ist. Gut, und gehen wir weiter. Okay. Zielen. Anvisieren. Gut, und los geht's. Aber warum haben die Menschen das erbraut? Was haben sie davon? Gut. Dann. Los geht's. Ah, 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 ah. So, und los geht's. Wann sie gerade getötet? Gut. Das war wahrscheinlich einfacher als gedacht. Okay, das ist zu weit weg. Gut, dieses ist echt weg So Au Gut Rauf und hier rüber Gut, ziel und Feuer Ah Gut Gut, perfekt Die Frage ist, wie kommen wir da rüber? Hm So Ach ja Dann müssen wir wohl, wenn wir runterkommen, darüber springen Also mit dem Seilbahn so Rüber Aber gut Wenn es sein muss Ah, nein Ah, er wollte schnell rüber und das ist der Ah Halt, Taste Jetzt Was? So Hoch springen Dann halt eben nichts Gut, was haben wir hier? Ah ja Und Geht's noch mehr? Nein Perfekt Hm Gut Wir haben ein neues Schwert Das Kristallschwert des Todes Ähm Okay, was passiert jetzt? Gut Okay Das ist hoch, aber nicht hoch genug Ah, noch geschafft Oder man macht das so Sehr schön Und zack Hm Verstehe, verstehe So geht's natürlich auch Gut Gut Und jetzt rüber Ah, geschafft Gerade noch so rechtzeitig Wo geht's da eigentlich lang? Ah Egal So Dann packen wir Wir das Schwert hier rein Gut Das wollte ich nicht Ich wollte eigentlich hier rein Gut Da wir ja langsam einen besseren Schaden genommen haben Es ist also an der Zeit weiterzukommen Oder besser gesagt Es war Zeit sich zu heilen Sind wir nicht von da gekommen? Ja Wir sind von da gekommen Ups Mein Fehler Also glaube ich Wir müssen da rüber Und dort rüber Kiegen wir ein Schwert Und Ein Beobachter Augenöffner Wenn es das Wort überhaupt gibt Okay Interessant Und wir wissen ja Wir sind nachtlich Gefeilt Gegen Ich bin gesprungen Verdammt Gut Gut Inaktive Bomben Inaktives Bombengewächs Ah Deshalb Nehmen Sie sich diese Inaktive Klebrige Bombe Und werfen Sie sie auf Objekte Und Feinde Durch Feuer kann sie Ausgelöst werden Ah Sehr gut Warum hat mir Stimmt ja Wir können nicht fliegen Also gleiten Okay Okay So Wir gleiten gemütlich rüber Und Und Ein weiterer Soldat Das bedeutet Wir haben schon Ein besseres Was zusammen Geklaupt Es fehlt nur noch Da ist unsere Bombe Es fehlt nur noch Gullt hier Gullt 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 Irgendetwas Baa Manchmal glaube ich Er ist ein Idiot Ich habe in die Vollkommen andere Richtung geschaut Aber Ja Ja Schmeißen wir es Irgendwo anders hin So Okay Und Feuer laden Ah Nein So Erst das Dann das Und dann Volle Kraft Gut Jetzt kann es Theoretisch Seien Das Funktioniert Okay Einmal das Und Dann Aus geht's Gut Und Los geht's Rüber Und jetzt hoch Aha Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Was war das Ich habe es doch gewusst Gut Die ist aktiv Kann aber nicht einfach so genommen werden Äh Sorry Nochmal Und Okay Und weiter Und weiter Und weiter Hopp 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 Gut Einmal hier Dann hier Los Ein wahres Meisterwerk Meisterwerk Wahre Körperkunst Gut Und Los Okay 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 Schade Aber Können wir von hier Nein Ah Nein Zu weit weg Gut Komm 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 Und Hier Gut Und Los Aha Es fehlt also Einen besseren An Kraft Oder besser gesagt Es fehlt hier Der zweite Teil Machen wir halt eine Kettenreaktion Wenn Wenn man nicht so schnell wie er es will Dann machen wir Kettenreaktion Und Und es war so geplant wie ich es mir dachte Haha Gut So Und die letzte Figur wurde Hinau verschworen So Okay Perfekt Gut Ich würde aber sagen Das war es für diese Folge Also liebe Leute Bis zum nächsten Mal Ciao